Möchtest du 2020 im Affiliate-Marketing so richtig durchstarten? Hallo, mein Name ist Thomas Kleitz und ich habe lange einen Kurs nach dem anderen gekauft und bin aber nicht so richtig vorwärts gekommen. Ja, weil letztendlich ist ja so, jeder Kurs ist super toll, aber es ist immer nur ein kleiner Baustein in dem ganzen Online-Marketing-Dschungel. Im letzten Jahr, im Herbst etwa, habe ich dann Jens kennengelernt und der hat mir einen klaren Drei-Schritte-Fahrplan gezeigt, wie ich Neukunden gewinnen kann, Interessenten gewinnen kann und damit regelmäßig Geld verdiene. Ich habe in einem Jahr, ich kann mich noch erinnern, irgendwas um 23 Euro noch was mit Digistore verdient, ja, im ganzen Jahr, wohlgemerkt, ja, und in diesem Jahr habe ich die 10.000-Euro-Marke überschritten, ja, ich werde das mal hier einblenden, dass du das siehst, ein Screenshot von vor ein paar Tagen, ja, habe ich gemacht, 10.000-Euro-Umsatz überschritten, allein dieses Jahr über 5.600 Euro Umsatz gemacht und das habe ich einem Mann zu verdanken, hauptsächlich zu verdanken, ja, klar, ein bisschen musste ich auch noch dazu tun, aber wie gesagt, Jens hat mir das gezeigt, er selbst verdient mittlerweile über eine Million Euro im Jahr, beziehungsweise macht über eine Million Umsatz im Jahr, ja, und er selbst war in der gleichen Situation, ja, er hat den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, ja, in diesem Online-Marketing-Dschungel und hat einfach auch nicht den richtigen roten Faden gehabt, ja, ich könnte dir natürlich jetzt auch erzählen, was ich gemacht habe, ja, aber ich würde sagen, Jens ist viel weiter als ich, er hat es geschafft von 19,58 Euro auf 1,4 Millionen Jahresumsatz zu kommen, also das ist jemand, der kann dir ganz genau zeigen, wie das geht. Du hast die Möglichkeit jetzt für kurze Zeit seine dreiteilige Fallstudie, seine dreiteilige Video-Coaching-Serie dir zu holen, ja, vollkommen gratis und dazu bekommst du dann auch noch ein Geschenk mit den neuen Powerfragen, wie du jedes Business erfolgreich aufbaust. In diesem Sinne, klicke unter dem Video in der Beschreibung auf den Link, ja, und hole dir die Fallstudie, ja, geht nur bis zum, wenn ich mich recht entsinne, 28. August, ja, und deswegen schnell sein, klicken, eintragen und dann bekommst du drei Tage ein kostenloses Coaching von jemand, der ein Millionen Business online aufgebaut hat. 8 11 21 22